Was passiert ist? Ich kannte sowas eigentlich bisher nur von YouTube. Was mit ein Grund war, was... So, es lädt hier noch. Moment mal eben. Grad mal gucken. Na, komm. Es ist immer noch kein Bild da, oder? Ah, doch. Wunderbar. Super. Dann können wir jetzt weitermachen. Angriff. Ah, ne. Erstmal auf Venero. Wie gesagt, das war der Grund, also einer der Gründe, warum ich da noch auf YouTube aufgehört hatte. Ich spinne halt manchmal. Ich bringe ihn auf den Weg, genau. Bleib stehen. Was zögerst du, Blank? Beruhig dich, Zidane, und denk doch erst einmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. WB meint, absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Ha! Ach, jetzt kommt die Stelle. Also gut, du willst es ja nicht anders. Ganz recht. Folge Blanks Anweisungen. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Ah, X, das, Ui. Hoch, X. Ach, scheiße. So, das geht besser. Wir setzen das an einem Mal fort. Sula, ich kommst du mir nicht davon. Sula, ich kommst du mir nicht davon. War, wird es was oder auch nicht? War ein kleiner Fehler schonmal. Und nur einer bisher. Sula, ich kommst du mir nicht davon. Also da bringt es nicht, wenn du dann ewig lange noch überlegst oder so. 95 zufrieden? Königin Drain leider immer noch nicht. Also nochmal? Jawohl. Diesmal aber. Höchst, drei Eck, da, da, zap, 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 hoch, x, rüber, x, viereck, kreis, runter, x, kreis. Und, ähm, diesmal sieht es gut aus bis jetzt. Ah, ohne Fehler. Und, haben wir jetzt die 100? Jawohl. Jawohl. Auch Königin Drain schien zufrieden zu sein. Aha. Nein, nicht nochmal. Es reicht. 10.000 Jill wurden auf die Bühne geworfen. Die wollte ich nämlich haben. Ein sehr gutes Startkapital. Definitiv. Na, fertig mit umziehen, Zidane? Schon. Aber dieser Helm. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt mich irgendwas. In den Stiefeln steht der Schweiß. Die Handschuhe sind klitschig wie ein Aal. Und die Taschen voll mit Kekskrümeln. Okay, hab verstanden. Aber sag mal. Du umarmst dich selbst. So geht's auch. Hast du die Viecher dabei, Blank? Na, Logo. Auf mich ist Verlass. Sehr gut. Also dann gehe ich erstmal die Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütten. Genau. Ein kleines Zeichen unserer Aufmerksamkeit sozusagen. Hehe. Die ratzen ja wie die Weltmeister. Kloss Alexandria. Also laut unseren Informationen befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Alles klar. Aha, jetzt kommt glaube ich gleich die Szene in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig werden bevor der Akt zu Ende ist. Ich will aber nochmal da rein. Und mal mit den Zweien hier quatschen. Z-Mami. Z-Hauptmann. Z-Hauptmann. Haha. Wie putz ich. Da haben wir nix. Hahaha. Haha. Da ist die Treppe einfach hoch, ne? Haha. 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 Ich will nicht aufmachen. Ver-Verzeihung. Würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Gesicht erhaschen? Hm. Habe ich vielleicht etwas im Blutwinkel? Nein. Eigentlich... Eigentlich bist du es nämlich... Eigentlich bist es nämlich du, auf die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Bitte. Bitte. Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich. Moment. Ich muss mal eben lauter machen. wenn ihr jetzt wieder Musik anmacht. So. Aber nicht zu laut. Wenn ja nicht das Jan drüben aufs Bett fällt. Nein. Seit du geboren wurdest, träum ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen. Weißt du? Ihr nehmt mich auf den Arm. Nicht doch. Also wie könnte ich? Verzeihd. Ich muss gehen. Ey. So warte doch. Sag mal. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nein. Ich. Hm. Ne. So ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa... Hey Zidan. Was ist los hier? Also... Bitte verzeiht. Ui. Was zum... Was läuft hier eigentlich? Beeiligt. Das war gerade Prinzessin gar nicht. Im Ernst? Das macht nix. Ist ja nur der Song. Furchtbar zack ich. Furchtbar sag ich. Unvorstellbar zack ich. Das wird Königin Brain aber gar nicht gefallen, sag ich. Schnell zack ich. Schnell zack ich. Furchtbar zack ich. Furchtbar zack ich. Furchtbar zack ich. Ich mach gleich den Sound hier ein bisschen leiser. Es geht jetzt gerade nur schlecht. Ja. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, zack ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt, echt wahr, zack ich. Du lügst doch, zack ich. Ich? Ich? Ich lüg doch nicht, zack ich. Erstmal so schnell wie möglich zu Königin Brain, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zu Königin Brain, zack ich. Die zwei. Nicht da lang, zack ich. Ich weiß, zack ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt, echt wahr, zack ich. Du lügst doch, zack ich. Ich? Ich lüg doch nicht, zack ich. Schnell zu Königin Brain, zack ich. Schnell zu Königin Brain, zack ich. Die vorzulesen ist echt... Hauptmann der Bluto-Truppe. Im Moment wünscht Ihre Majestät nicht gestört zu werden. Kommt später wieder. Ist es ein dringendes Anliegen? So ist es, zack ich. Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, zack ich. Wenn dem so ist, so werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum, zack ich. Ich bitte darum, zack ich. Was blustert diese Beatrix sich mal wieder auf? Nun, worum geht es? Prinzessin Garnet ist bla bla schwall schwall. Ganz furchtbar, sag ich. Ganz furchtbar, zack ich. Ich verstehe. Wartet hier einen Augenblick. Ich versuche gerade das Stück zu genießen. Also erbitte ich mir nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung. Aber Prinzessin Garnet ist... Ach ja, wo ist Garnet überhaupt? Es scheint, als hätte sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Ja, wie bitte? Was denkt die Göhre sich dabei? Generellin Beatrix. Jawohl. Und auch ihr Hauptmann... Ähm... Steiner. Natürlich, wir behalten Steiner. Volk, Mensch, Geschlecht männlich, Alter 33 Jahre, Rechtshänder. Da ist er, unser guter Freund. Ich liebe diesen Charakter. Hauptmann Steiner, zur Stelle. Schafft mir sofort gar nicht wieder her. Sehr wohl, Eure Majestät. Wir befehlen Eure Majestät zu befehlen. Zu befehlen, nicht befehlen. Blutotruppe! Kompanie! Angedrehten! Kann sein! Danu! Keiner da? Marquardt! Hauptmann Steiner! Kompanie zur Stelle! Was soll das, ihr Komiker? Wo ist denn das? Der traurige Rest? Die anderen sechs, meine ich. Was soll diese lächerliche Darbietung? Auf Befehl von Königin Brain. Zieht euch sofort was an und sucht Prinzessin gar nicht. So, jetzt können wir hier auch mal ganz kurz ein bisschen einstellen. Moment. Ich hab doch Sound ein, Soundeffekte auch ein. Aber ich kann den nicht leiser schalten. Das geht hier leider nicht. Titelbildschirm Ability Meister? Nein. Nein, ich will keine Booster-Modus. Nee, glaub ich nicht. Weil dafür mit dem Lesen und so... Das dauert zu lang. Da müsste ich, glaub ich, in ähm... Wie lang waren's? Acht Stunden oder so? Fast durch sein? Ich mein, es waren acht Stunden. Ähm... Aber ich weiß, dass ich jetzt nochmal zu Brain zurück kann. Und mir da nochmal ein Item holen kann. Und mir da nochmal ein Item holen kann. Das Theater heute war einfach wunderschön. Ich bin gerade gut gelaunt. Hier schenke ich dir den Mondsplitter. Den wollte ich haben. Genau, siehst du? Sag ich ja, acht Stunden. Das werd ich nicht schaffen. Dann muss ich irgendwann mal einen Speedrun machen. Aber mit dem ganzen Vorlesen und so... Schaff ich nicht. Es dauert zu lang. Ähm... Was haben wir denn hier? Die Zettel. Ah, Blutotruppe, Mitgliederliste. Hauptmann Steiner, Marquardt, Kochel, Lauda, Chanel, Bayreuth, Weimar, Hagen und Märchenheim. Gut zu wissen. Nicht wieder raus. Steiner. Mann. Die Phönixfeder will ich nämlich auch noch haben. So... Moshu ist das. Haben wir für den nicht einen Brief? Ah ne, einen Monti. Ich hätte so gerne einen Brief. Ja, ich auch. Speichern. Jawoll. Obwohl man sagt ja immer, keine Post ist gute Post. In dem Fall hier schon. Also bitte nicht wundern. Bild kurz weg. Beim Einbruch in die Burg, das Event. Meins mit dem... mit dem... mit dem... mit dem... mit dem... Blank und... und Zidane. Dieses Kamp-Event. Diese Show. Ja, natürlich. Und ich hab's so zu 100% erreicht. Deswegen hab ich ja den Mondsplitter bekommen. Gut, es waren zwar drei Anläufe nötig, aber ich hab's gemacht. Und so, wo waren das jetzt? Hier meinst du, ne? Welches denn dann? Ne? Hab ich nicht. Ach so! Oh! Ja, wo du die alle neun suchen musst, ne? Beziehungsweise, ähm... bis auf Steiner. Die anderen acht. Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Das kommt aber viel später. Das kommt doch erst vor der Krönung. Marquard... Wahnsinn, oder? Aber an der Geschichte ist wohl was dran. Nicht zu fassen. Aber du weißt immer als erster Bescheid. Was, David? Potztausend! Obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, halten die Herren hier also ein Schwätzchen? Oh, Hauptmann! Habt ihr das schon gehört? Weimar hat wohl was mit dieser Kellnerin Resi, glaub ich. Interessiert mich das vielleicht, du Kretin? Geht sofort die Prinzessin suchen! Und zwar zackig! Schon unterwegs, Hauptmann! Wie gesagt, jetzt hast du mich irgendwie verwirrt. Aber ich weiß, welches Event du meinst. So, den konnten wir jetzt auch irgendwie abfangen. Ah, scheiße! Hey, Fane! Hallihallo! War denn das mit dem hier nochmal? Den konnten wir doch auch irgendwie abfangen. Nein, so nicht. Ja, 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 ja. Aber das kommt viel später. Das brauche ich jetzt noch nicht. Ach, Mensch. Ach, egal. Können wir Prinzessin weitersuchen? Puh, was hab ich Kohldampf! Halt ihr jämmerlichen Waschlappen immer nur quengelt! Sind Alexandrias Männer so in Verruf! Reißt euch zusammen um Himmels Willen! Genau, genau, Fane! Richtig! Schlechter Ruf hin oder her! Gutes Essen soll man nicht stehen lassen! Hunger! Wird doch noch ganz am Anfang meint! Ich bin ja immer so schnell hier! Ich krieg den ja noch! Meine sind selber genauso schwammig. Bei mir ist das nämlich auch nicht viel kürzer her. Also auf jeden Fall weitaus länger als 10 Jahre. Hier waren aber nirgendwo mehr Items, soweit ich mich erinnere. Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Zeigt, was ihr könnt, kocht! Zeigt, was ihr könnt! Nein! Da war sonst nix! Ich mach erstmal Casual! Später können wir ja immer noch einen Speedrun machen! Ich will das jetzt erstmal so durchspielen, alles in Ruhe vorlesen! Ein bisschen reinkommen wieder ins Spiel! Speedrun, wie gesagt, kann man immer noch machen! Genau, dann bist du hier auf jeden Fall richtig! Also wie mein schon sagte, 9 und 10 gibt's hier auf jeden Fall! Wenn du auch gerne FF10 guckst, dann kann ich dir nachher noch gerne einen anderen Streamer empfehlen! Das werde ich am Schluss sagen, aber nicht jetzt am Anfang schon! Die Vorlage zu deiner Taube möchte ich sein, die ich für die Prinzessin heraussuchen soll! Wo hab ich die nur hingetan? Ne, ich will ja die andere Waffe auf jeden Fall später noch haben! Und dafür muss ich ja in 8 Stunden auf CD4 sein! Deswegen muss ich diesen Speedrun irgendwann machen! Ich weiß halt nur noch nicht wann! Also, ich wollte ja schon immer viel lieber meine Tage damit verbringen, Gedichte zu schreiben, als Soldat zu sein! Mach nix! Kriegen wir trotzdem irgendwie hin! Gewerbt mir den Austritt aus der Bluetooth-Truppe! Darf's gehen? Das geht nicht! Zumindest nicht jetzt! Was meinst du, Kerl? Du bist doch erst seit letzter Woche in der Truppe dabei! Hör auf zu quengeln und geh sofort die Prinzessin suchen! Mama! Wie es wohl Professor Toto geht, dem ehemaligen Hauslehrer von Prinzessin Garnet! Weiß ich nicht, ist mir auch egal! Diesen Globus Gaias, den ihr hier seht, den schenkte seine leider viel zu früh verstorbene Majestät, der König, der Prinzessin einmal zum Geburtstag! Okay! Also mir reicht's eigentlich in 8 Stunden da durch zu sein! Das ist so mein Ziel! Zumindest halt bis dahin! Dürfte aber, wie gesagt, eigentlich nicht das Problem sein! Ähm... Nanu? Ah, das Theaterstück scheint ein großer Erfolg zu sein! Aber wenn ich die Prinzessin nicht finde, bevor es vorbei ist, dann gibt das einen sauberen Anpfiff von Königin Brain! Und außerdem werde ich dann wieder zur Zielscheibe des Spots für Beatrix, Leute! Ich muss mich beeilen! Einfach nur da sitzen und ins Wasser starren, Balsam für die Nerven! Hauptmann, leistet ihr mir Gesellschaft beim Entspannen? Entspannen, sagt er! Schwing deinen müden Knochen hoch und such die Prinzessin, Kerl! Auf Befehl ihrer Majestät! Ach du liebe Güte, das ist ja eine Tragödie! Verlasst euch auf mich, ich werde die Prinzessin unverzüglich finden! Ich geb alles! Weg war er! Mit diesen Glocken hier hat's später aber auch noch irgendwas auf sich, soweit ich weiß! Die Münze krieg ich hier noch nicht, die krieg ich erst später! Hier ist niemand vorbeigekommen! Die krieg ich erst, wenn ich zur Krönung wieder hier hin muss! Oder zumindest zum zweiten Mal mindestens hier bin! Die Prinzessin hab ich nicht gesehen, aber zwei von der Pluto-Truppe kamen gerade vorbeigerast! Ja, 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 genau! Hier ist keine Münze! Da, das geht auch noch nicht! Wow! Für ihre Majestät und für das Vaterland! Ich finde die Prinzessin, wenn ich dabei draufgehe! Sagt er! Hier haben wir sonst nix! Ach halt! Die haben ja da draußen auch noch gequatscht! Hör mal! Wollen wir nicht mal zusammen ausgehen? Nach Treno vielleicht? Also ich weiß nicht! Kerl, was treibst du da? Nimm die Beine in die Hand und finde die Prinzessin! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! So ist das! Hier komm ich auch noch nicht rein! Hier ist keine Münze! Nirgendwo! Beides! Ist aber beides normal leider! Twitch spinnt heute auch wieder ein bisschen rum, aber... Ja, das kommt natürlich auch bei meiner Leitung leider vor! Ich bin ganz schön außer Puste! Oh! Hauptmann Steiner, haltet ihr euch etwa auch neuerdings jeden Tag mit etwas Treppensteigen in Form? Nein, 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 nein! Nichts dergleichen! Ich bin auf der Suche nach Prinzessin Garnet! Ist sie etwa da oben? Hast du sie gesehen? Nun, ich war gerade auf dem Weg nach oben! Doch da bekam ich plötzlich so gemeines Seitenstechen! Naja, okay! Sorry! Naja... Ich sag mal so, hier geht's aber! Das ist jetzt nicht so schlimm! Uff! Ich bin fix und fertig! Aber ich muss mich zusammenreißen! Ich muss die Prinzessin finden! M-M-M-Moment mal! Das ist doch die Prinzessin! Verfolgt von einem Räuber! Prinzessin! Ich eile! Ich muss schnell einen Schluck trinken! Ich auch nicht! Ich verstehe Englisch! Das ist zwar nicht das Beste! Also ich... Aber... Verstehen tue ich es eher als selber sprechen oder... Schreiten! Ja! 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 So gut anderthalb Stunden sind wir schon dran! So kippen Pause zu machen! Genau meint bei dir! Ja! Aber nicht bei uns! Nanu! Wo ist Carnet bloß hin? Arrasen... Auf! Au, aua, aua, aua! Sag der Richtige, Reyn! Sag der Richtige! Ne! Mir geht es nur um die eine Trophäe! Faye! Mir geht es echt... Jeffen! Mir geht es nur um die Trophäe, wo ich dann Excalibur 2 holen willens. Und da brauche ich leider den Speedrun. Das ist der einzigste Grund eigentlich. So, also wie gesagt, ich mache eine kurze Raucherpause und bin gleich wieder feucht da. Bis gleich. Was habe ich gesagt wegen dem Tablet? Ja, alles. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Timeout für eine Sekunde? Vielen Dank. Okay. Ja, ich konzentriere mich jetzt mal hier ein bisschen weiter und... Hey, Stahlmatte. Oh Gott. Oh Gott. Berlinerisch kann ich... Oh Gott. 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 da eine kleine Falltür hier. Zifix. Prinzessin. Schnell, springe Zifix. Ist die Prinzessin etwa da unten? Ich springe schon, Hauptmann. Ups. Kerl, was machst du da für Faxen? Ah, Hauptmann. Ich stecke fest. Ups. Verdammt noch mal. Hehe, reingelegt. Muss auch mal sein, oder? Kann nicht jeder immer nur auf Englisch spielen. Welch grazieller Sprung, Prinzessin. Da könnte ich mich ja glatt verlieben. Ein leichtes schon vergessen, wie ich vorhin entschlossen den Turm hinuntersprang. Wie könnte ich? Du bist eigentlich viel zu schade für eine Prinzessin. Bitte lasst uns dies ein andermal besprechen. Wir sollten gehen. So, dann war hier, glaube ich, noch irgendwas. Das Ventil nach links drehen. Bing, die erste Truhe. Zifix. Wenn's den Motordruck so obi drast, stirbst man nachher noch ob. Zifix. Das Rad ist sofort noch rechts dran. Zifix. Ich liebe es. Er sagte nach rechts drehen. Drehen wir's doch nach rechts. Zifix. Wenn's den Motordruck so obi drast, nachher fliegt das Schiff noch in die Luft. Zifix. Das Rad ist sofort nach links dran. Zifix. Ja, der ist noch an, meint. Klar ist der noch an. Wenn nur keiner von euch requestet, kann ich auch nix für. Was sollen wir denn jetzt nur machen? Weiß ich nicht. Erstmal Items holen. Jetzt kann ich nicht wieder hier aus Versehen rausrennen. Einmal die Truhe. Für nix wieder. Warte mal hier noch. Für nix da ohne. Sehr schön. Mehr war's nicht. Gleich wenn das Dickel aus ist, nachher tauchen wir ab. Gut. Dann hauen wir mal ab. Lass es dir schmecken, Rain. Lass es dir schmecken. Stehen geblieben. Prinzessin, Steiner wird euch retten. Verzagt nicht. Prinzessin, gar nicht. Seid unbesorgt. So ist es recht. Zum ersten Mal seit Gründung der Bluetooth-Truppe gelungene Zusammenarbeit. Weiter so, Soldat. Hehehe. Prinzessin, alles wird gut. Mit Verlaub, entführen wir euch jetzt, wenn's recht ist. Bitte? Wer bist du Komiker überhaupt? Von nun an passen wir auf die Prinzessin auf. Danke für dein Follow, Fane. Und herzlich willkommen in unserer elitären... Können wir direkt mal ein bisschen was klauen hier. Ah, Diebstahl fehlgeschlagen. Abwehr. Ah ne, die können ja auch klauen. Scheiße, stimmt ja. Bin jetzt gar nicht drauf geachtet. Lederhut. Was haben wir hier? Seitenhemd. Ach, jetzt hat er nichts mehr. Wunderbar. André. Hallo, es passt ja. Kann ich dir gerne sagen. Das ist ein bestimmtes Kommando, was du da eingeben musst. Mach mal nachher, meint. Kein Problem. Rain, rain. Ja, stimmt. Ist ähnlich. Wow. Verdammter Mist. Was, was ist denn das? Ich zeig dir nachher, wie's geht, meint. Kein Problem. Los, das ist unsere Gelegenheit. Das kannst du auch für Host, Raids, äh, Subs, Bits und so weiter einstellen. Heute Abend, endlich, werden Cornelia und Prinz Schneider im Bund der Ehe vereint. Dadurch gewinne ich die Kontrolle über den Prinzen und somit auch über sein Land. Wir haben einen verdächtigen Mann festgenommen. Ja, ich zeig dir das nachher. Kein Thema. Na, wenn das mal nicht Markus ist. Aber wie sehr du auch Cornelia lieben magst, und egal wie sehr Cornelia auch dich lieben mag, einem Kerl aus so niedrigem Stand wie dir ist die Hand meiner Tochter nicht vergönnt. Wenn diese Glocke zum dritten Mal läutet, dann hat dein letztes Stündlein geschlagen. Was sollen wir tun? Das ist eine Sackgasse. Cornelia. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Verdammt, wir sitzen in der Falle. Zieh da an. Lift Nummer 2. Zieh fix. Okay, gar nicht. Hierher. Noch einmal. Prinzessin? An alle. Spielt einfach weiter. Hä? Wo bin ich hier nur? Der Steiner ist so herrlich blöd, echt. Cornelia. Äh. Dein geliebter Markus. Markus. Ja, das ist es. Hihi, Theater war schon immer ein kleines Steckenpferd von mir. Na prima, dann spielen wir erstmal eine Weile weiter. Königin Brain sieht bestimmt auch zu. Hihi, Chef. Markus, ich hab dich ja so vermisst. Ich möchte nie wieder von dir getrennt sein. Wo auch immer du hingehst, ich möchte an deiner Seite sein. Na, König Lea, wie schaut's aus? Gib den beiden eine Chance. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Du möchtest nie wieder von ihm getrennt sein? Das ist ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Cornelia wird Prinz Schneider hier heiraten. Prinz Schneider? Ich? Ich und die Prinzessin? Wenn ihr euch mir in den Weg stellt, muss ich euch alle töten. Ah, nicht doch. Abgang, die sind zu stark. Cornelia, sei brav und kehre mit mir ins Schloss zurück. Nein, ich will nicht. Cornelia, hör auf deinen Vater immer nur Kummer zu bereiten. Siehst du denn nicht, dass diese Heirat nur zu deinem Besten ist? Das lasse ich nicht zu, König Lea. Es wird Zeit, endlich abzurechnen. Für die Rache meiner Eltern und für meine geliebte Cornelia. Möge mein Schwert von nun an sprechen. Ah, warum? Markus, bitte vergib mir, aber er ist mein Vater. Mach das, Rain, bis gleich. Vater, verzeih, dass ich so ungezogen war, aber bitte zeige Güte und vergib Markus. Das darf nicht sein, so werde ich von nun an Cornelias liebliche Stimmen nie mehr hören. Und werde ich von nun an Cornelias sanfte Berührung nie mehr spüren. Wenn dem so ist, dann möchte auch ich nicht mehr leben. Was für ein schönes Theaterstück dieses Jahr. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Mal nebenbei bemerkt, wo steckt eigentlich gar nicht? Boah, mächtig gutes Stück. Ja, wirklich schön. Siehste, hat sich doch gelohnt, extra über die Dächer bis hierher zu kommen, oder? Ah, oh, so ein Mist. Hier geblieben! Autsch! Idiot, steh auf! Hui, schnell! Wie schnappen wir uns? Bitte vergib deinem Vater! Prinzessin! Es tut mir leid! Hier geblieben! Stehen geblieben! Äh... Ja? Nein? Nicht ganz? Kommt nicht näher! Ah, ich brenne! Zidane, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Tja, das ist dann wohl das Ende der Theatergruppe Tantalus. Gar nicht, wir hauen ab! Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Steiner, bitte lasst mich einfach nur in Ruhe. Hauptmann, wie lautet euer Befehl? Äh... Erstmal alle festnehmen. Ein Sturkopf wie immer. Lass die Pfeife und komm endlich! Prinzessin! Hey, Kleiner, bist du in Ordnung? Die Musik ist aus, meine lieben DJs! Na ja, ich bin nur ein bisschen gestolpert. Prinzessin, ich bin untröstlich, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Bei dem brauchte ich jetzt, glaube ich, nicht zu klauen, soweit ich weiß. Der hat nämlich nichts. Äh, ach nee, Medeo bringt nichts. Schwarzmagie, Feuer, machen wir direkt auf Steiner. Auch Vaterlandsliebe muss Grenzen haben. Wie sieht's aus? Und... Weimar, der ist noch im Weg? Bounce! Und nochmal auf den guten Steiner hier. Ich habe noch eine Verabredung. Kommt sofort zurück, ihr feigen Hunde. Ah, der ist schon blatt? Okay. Wollte ich ihn gerade nochmal heilen? Wie kann das sein? Wie? Wir sind fertig, Zifex. Gut. Hier ist alles klar, Chef. Sehr gut. Jetzt geht das schon wieder los hier. Voller Schub voraus. Demnächst schalte ich mein Handy echt auf Lotos während dem Stream. Hier ist... FF7 habe ich übrigens die Platin komplett. Nur mal so in den Ball bemerkt. Und hier werde ich sie mir auch noch holen. Das einzige Problem, beziehungsweise das größte Problem, wird glaube ich das mit dem Seil springen werden. Weil dafür bin ich einfach echt zu durch. Das gebe ich zu. Ist leider so. Ich habe es damals mal irgendwann geschafft. Aber das ist schon ewig her. Ne, das ist wahr. Also für Platin habe ich auch eine ganze Zeit lang gebraucht. Ja. Ich weiß nicht wie viele Stunden, aber es war auf jeden Fall weit über 100. Müsste ich vielleicht nochmal gucken. Schwarz, Magie, Feuer, Steiner, genau. Ach, der hat immer noch diese Stinktus. Stinktus. Was haben wir hier? Medio, nein, das wollen wir alles nicht. Ich wollte auch eben schon mal Bibi heilen. Ah, nee, brauchen wir gar nicht mehr. Gut. GZ meint. GZ. Bis gleich Rain oder bis nachher, wie auch immer. Und nur zum dritten Mal oder so, lass es dich schmecken. Steiner, bitte hinter euch. Auf faule Tricks falle ich nicht herein. So, kommt doch zur Vernunft. Ein Bomber. Ah, komm, macht mal hin hier. Bals. Wieso hat der Kerl eigentlich so viel Life? Später hat er es nicht mehr. Zumindest wenn er da zu unserer Truppe gehört. Ah, der Bomber geht hoch. Ah, der Bomber geht hoch. Also das war jetzt sarkastisch gemeint. Dieser Wald ist einfach nur, weiß ich nicht. Maya ist achtend nach ein bisschen unnötig. Wie lange kann man denn noch? Ich kann gerade mal auf die Uhr gucken. 47 Minuten läuft das Giveaway noch. Das heißt, auf das Voting wird noch ungefähr genauso lang laufen. Wir können natürlich wie immer mitbestimmen, was im nächsten Stream laufen soll. Momentan, gerade mal eben schauen. Momentan haben wir zwei Stimmen für World of Final Fantasy, der dann morgen laufen wird. Ähm, tut euch keinen Zwang an. Meint, hast du denn mittlerweile die 250 Küsschen? Ich will gerade mal gucken. Nein, leider immer noch nicht. Diese kleine Göre. Ich hielt sie bisher nur für ein unbedarftes kleines Kind, aber ich habe sie wohl unterschätzt. Son! Son! Wie sieht es aus? Sind sie schon einsatzbereit? Bereit für den Kampfeinsatz, sag ich. Und Prinzessin Garnet machen wir den Garaus, sag ich. Er hat was von Töten gesagt. Schafft sie mir auf jeden Fall lebend her. Sagen alle sag ich. Offen. Ich hoffe nur, dass ich diesmal nicht wieder verpasse, Quinner zu holen. Ich denke schon, ja. Himmel, Brain und Wolkenbruch. Hat sie dich erwischt? Bei mir ist alles klar, aber die Prima Vista ist hier, Zifix. Jetzt beginnt es erst so richtig spaßig zu werden, dass wir auch ausgerechnet im verwunschenen Wald abstürzen mussten. Aus dem vermaledeiten Wald ist nun Corner wieder lebendig rausgekämmer, Zifix. Chef, wir haben hier ein Problem. Unten ist Feuer ausgebrochen und es breitet sich ruckzuck aus. Keine Panik in der Botanik. Überlegt euch lieber, wie wir das Feuer wieder löschen können. Und vergesst nicht, die Verletzten raus zu transportieren. Schon klar, Chef. Bring unseren... Entschuldigung. Bring unsere gesamte Beute nach draußen. Waffen, Items, alles, was noch zu gebrauchen ist. Wenn die alle in Flammen aufgehen, verlassen wir den Wald nicht mehr mit den Füßen voran. Roger, Zifix. Löscht endlich das verfliegste Feuer, Zifix. Allein bring ich das ganze Teig nie und nimmer raus, Zifix. Was tut ich denn alle, Zifix? Wollt ihr, dass ich euch vergold, Zifix? Wir suchen Prinzessin gar nicht, Jep. Wir können sie aber nirgends finden. Vielleicht ist sie beim Absturz unter das Schiff geraten, Jep. Nicht nur die Prinzessin entführt, sondern jetzt ist sie ohne Blut wie Flunder, Zifix. Die Fee hängen wir alle, Zifix. Der redet Bayrisch. Ist komisch Bayrisch. Du tust alles doch noch lebe, Zitan. Du legst dich nieder. Wund fliegende Theaterschiffsspringer, Zifix. Von wegen abgesprungen. Ich wurde beim Absturz hinausgeschleuert. Was ist mit den anderen? Du magst dir mal keine Sorgen. Unkraut vergeht eben nicht, Zifix. Aber wenn wir die Prinzessin nicht finden, wenn wir garantiert am Goldenbohmeln, Zifix... Oh Gott, ich hasse es. Active Time Event. Ein ATE, Kubo. Stellt für Active Time Event. So kannst du die Geschehnisse, die andererorts stattfinden, miterleben. Wenn links unten auf dem Bildschirm ATE eingeblendet wird, drücken... Ach, Touchpad... Na, unten drücken, Kubo. Okay. Egal, wo du dich befindest, wird ATE eingeblendet. Erstmal schauen, was andererorts vor sich geht, Kubo. Drück doch gleich mal Touchpad unten, Kubo. Waldtyrann, natürlich. Das gucken wir uns an. Kubo. Bist du in Ordnung? Kommt es immer noch näher? Hilfe! Ja, danke fürs Reinschauen, Fane. Bis demnächst mal. Schönen Tag noch. Wer ist denn zum Fane? Okay. Warte mal hier. Autsch, Aua. Pass doch auf. Ich bin verletzt. Ja. Ich nicht. ATE bet. Das Schiffsinnere übernehmen wir, Jeb. Such du doch mal die Gegend ab, Zidane. Aua, Aua. Der Steuermann hat seinen Führerschein wohl bei der Tombola gewonnen. Siehe, nur meine arme Zimbel. Ja, wenn du sonst keine weiteren Sorgen hast. Moskow, gucken wir erstmal wegen Mognet. Ich hätte so gerne einen Brief. Nein, der hat nichts. Speichern, also nicht wundern. Bild ist kurz weg. Ja, das ist immer blöde. Im Stream speichern ist doof. So, nichts weiter. Ich bin gerade am überlegen, haben wir hier noch irgendwo ein Item rumfliegen? Ich meine... Das ist nicht gut, auf meiner ist das doch noch ein Teil. Hier war nirgendwo was, oder? Ah doch, ein Phönix wieder. Ja. Mama, was sagt der da? Sinna? Das ist die aussichtslos-Situation seit der Gründung von Tartalos. Sefix. Ah ja. Ich finde das Spiel an sich genial. Vor allem die Charaktere, die sind so authentisch. Vor allem auch Steiner, der ist so herrlich blöd. Das ist echt genial. So wie der Lahn bei World, der ist auch so doof. Genau, wie Lahn bei World, der ist auch so doof. Ein Frosch. Gib mir den Frosch. Nein, ich will keinen. Ich will keinen Frosch. Aber ein Kampf. Mama will der Frosch kommen. Ja. Ein Goblin. Da kommt ein Bauch und Klappen. Ja, wohl wahr. Ich sag doch, das ist mein absoluter Lieblingsteil. In keinem Teil sind die Charaktere wirklich so authentisch, finde ich. Authentisch. Yippie. Sehr authentisch. Und ich flieg hier irgendwann noch mal um. So. Darum. Melina, sie stellen uns auf die Wiener stellen. Ah, oh nein. Was ist denn das für ein Viech? Vivi. Oh nein. Vivi sagt nur, oh nein. Da ist Steiner. Was machst du, Beast, nur mit der Prinzessin? Ich glaube nicht, dass man mit dem groß diskutieren kann. Los, Angriff. Oh nein. Oh nein. Nix. Rest in Peace. Vivi. Das kriegen wir schon. Wir haben ja noch ein paar Potions. Das wird schon passen, irgendwie. Vivi. Vivi. Ich glaube, klauen kann ich den, aber nix. Ich meine, der hätte nichts. Vivi. Vivi. Ist das etwa die Trance? Ich habe davon gehört. Sie wird durch Emotionsausbrüche hervorgerufen. Und jetzt wird aufgeräumt. Oh, mal schauen. Clown. Gucken wir mal. Steiner macht erstmal nix. Dann kann man auch... Ach, habe nichts. Gut. Angst, klar. Schwert. Haben wir noch keins. Ich könnte ja mal gar nicht angreifen. Genau. Dann tun wir direkt Game Over. Ei, linker Arsch. Angriff. Bautz. Ich glaube, als nächstes müssen wir mal die Prinzessin heilen. Ein Schlag geht noch. Alter, spiel nicht den Helden. Schnell, heile sofort die Prinzessin. Ja. Besser ist das. Item. Potion? Auch gar nicht. Ah, bis zu der Burg. Das dauert ja noch ein bisschen. Oh, Mann. Wie landen das Scheißvieh noch? Wie kommt. Zack. Ich glaube, ich hätte vorher noch mal ein paar Abilities ausrüsten können oder so. oder genere... Ah, doch nicht. Nicht doof. Verklickt. Scheiße. Garnet wurde nicht gerettet. Ah. Game Over. Oh, jetzt haben wir einen Gesundheitswarnhinweis. Und Dankeschön dafür. Ja, Spielladen. Ne, ich könnte auch fortsetzen gehen, ne? Aber mach mal einfach fortsetzen. So. Oh nein. Das geht doch schon wieder los. Was ist denn das für ein Viech? Ich hab mich nur verklickt. Das war alles. Ähm. Ich wollte mal hier schauen, ob ich vielleicht noch was besseres anlegen kann. Silenquidea wäre zwar stärker, aber ich will jetzt und Tschüss noch erlernen. Was haben wir denn hier? Lederhut. Arm, Ralf. Dem Mondsplitter. Geld umleben. Sonst haben wir nix. Gut. Nochmal vorlesen. Brauch ich den Krempel jetzt gerade nicht? Eigentlich vibst du hier ja eigentlich theoretisch nicht. Das war jetzt wirklich nur, weil ich die angegriffen habe. Nicht, weil das Vieh die angegriffen hat. Naja. Ja. Aber ich weiß zumindest, dass ich schon mal dieses Klauen nicht anwenden muss. Ergo spare ich mir den Schlag und hab dann einen Entrance mehr. Ja, was ist das für ein Leuchten? Wissen mal Sprühe vor Kraft, bla bla bla. Luna. Ich hab davon gehört. Und jetzt wird aufgerollt. Angriff! Genau! Wow! Hau mal dieses blöde Vieh endlich mal um hier! Nicht wieder Garnet angreifen. Das ist nicht gut. Steiner, Item, Potion auf Garnet. So rum war das. Der verwandelt sich wieder zurück. Der verwandelt sich wieder zurück. Und grüßt. Nein, nicht wieder Garnet angreifen. Jetzt ist das viel Pan... Pandionär oder sowas. Vielleicht nochmal gucken. Ja, Pandionär. Die Namen sind auch manchmal kurios. Angriff. Hi, Jan. Hallihallo. Oh, Zidan. Und dann... Oh Gott, passt. Kommst noch kurz vorm Ende. Prinzessin, Prinzessin. Mal gucken. Halbe Stunde haben wir noch. Ungefähr. Wo ist sie denn bloß? Verschleppt von dem Monster. Ich hatte solche Angst. Ich konnte gar nicht mehr zaubern. Dieses schreckliche Monster wird sie fressen. Ich unnützer Wurm. Ich elender Versager. Ich war unfähig, die Prinzessin zu retten. Leute, noch ist es zu früh, resigniert aufzugeben. Dieses Viech war nur eine Marionette des Waldtyrans. Genau. Ich bin mir sicher, dass Prinzessin Garnet eben zu diesem Waldtyrann verschleppt wurde. Okay. Nur wenn das so ist, dann sollten wir besser keine Zeit verlieren. Round 2. Ring frei. Hilfe. Immer auf die Kleinen hier. Immer auf die Kleinen. Ich muss aber Zidane echt mal wieder heilen. Das ist jetzt das erste. Hier gerade noch mal. Ja, Steiner kriegt auch noch mal eine. Weil dem kann ich jetzt auf jeden Fall was klauen. Das weiß ich. Na gut. Ich muss noch aufpassen, dass Vibi den nicht vorher umhaut. Das wäre scheiße. Na, Hauptsache, du bist satt. Klauen. Und Vibi Rain. Vibi Shae und Vibi euch allen. Genau. Abwehr. Hatte ich den jetzt eigentlich irgendwas geklaut? Ich habe gar nicht drauf aufgepasst. Gucken wir nochmal. Abwehr. Diebstahl fehlgeschlagen. Oh, Scheiße. Ich hoffe, Vibi haut den jetzt nicht um. Ah, Dankeschön. Danke meint. Das ist super. Achtung. Jeder Arm reif. Nochmal. Ah, jetzt hat er nichts mehr. Aber Vibi braucht eine Potion. So, jetzt können wir den guten Kerl hier umhauen. Ja, noch habe ich die Ability nicht, um zu sehen, was er hat oder wie viel er hat. Die kriege ich leider erst ein bisschen später. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aber ich weiß, dass es da eine gibt. Aber wir haben auf jeden Fall alle beide Items mitgenommen. Das ist gut. Beste Char in dem ganzen Spiel. Da gibt es zwei. Also, ich wünsche Steiner und Vibi. Phoenix Weder, Augentropfen und eine Goblin-Karte. Danke sehr. Ich hatte solche Angst. Bist du unverletzt? Ja, glaub schon. Verdammt. Du kannst noch mal von Glück sprechen, dass Zidane dich gefunden hat. Aber keine Sorge, du bist nicht vergiftet. Das Viech hat dir nur seine Sporen eingepflanzt. Die Tür ist leider kaputt. Ach, deswegen ist Shay so lange bei dir. Alles klar. Lässt du dich mehr raus? Wenn die erstmal aufblühen, werden sie dir deine ganzen Lebenskraft aussaugen. Werde ich dann sterben? Mach dir mal nicht ins Hemd. Mit diesem Gesöff bringe ich dich wieder auf Vordermann. Bäh, das ist ja ein ekelhafter Geschmack. Prinzessin, ich werde euch sogleich zur Hilfe eilen. Was willst du, Bandit? Du gehst schön in das hintere Zimmerchen. Jep. Euch unwürdigen ist es also völlig egal, wenn die Prinzessin von irgendwelchen Monstern gefressen wird. Ja. Er ist kein Roboter, ja? Ihr wollt sie einfach ihrem Schicksal überlassen? Du musst dich ausruhen. Jep. Mach dich nicht verrückt wegen der Prinzessin. Überlass alles ruhig dem Chef. Jep. Langsam. Nicht so grob. Leg dich eine Weile aufs Ohr. Jep. Und trink auch deine Medizin. Jep. Diese räudigen Hunde. Wer weiß, welche Qualen die Prinzessin gerade durchstehen muss. Wer kann schon diesem bärtigen Unheil trauen? Ob das wohl wahrhaftig ein Gegengift ist? Diese Farbe und dieser Gestank. Es ist mit Sicherheit ein Gift. Aber ich muss es versuchen, sonst werde ich noch wirklich sterben. Verdammt! Hm, nicht übel. Ne, auch nicht wirklich. Dieser Bitte kann ich nicht nachkommen. Bei euch ist es schon zu lang her, dass ihr den Teil gespielt habt, glaube ich. Aber ich werde auch nichts spoilern. Du hast es doch selber gesehen. Um uns herum sind lauter gierige Monster, ausgebohrten des Nebels, die auf eine günstige Gelegenheit warten. Die machen wir doch alle platt, wenn wir zusammen gehen. Mag sein, aber was wird dann aus den Verletzten? Also sie haben auf jeden Fall nichts mit den... Beziehungsweise Vivi hat nichts mit den Schwarzmagiern zu tun, die später in diesem einen Dorf da sind. Dali war das, glaube ich. Mit denen hat er nichts zu tun. Mag sein, aber was wird dann aus den Verletzten? Gesundheit. Die nehmen wir mit. Was? Dann sind wir aber weniger... Wenig mobil, wenn die Monster bei uns herfallen. Ja, ja genau. In der Hinsicht ja. Aber dann sind das eigentlich alles nur Puppen, oder? Für die Prinzessin tut es mir zwar leid, aber sei's drum. Meine Leute genießen Vorrang. Dreck, verdammter! Bis sich die Verletzten einigermaßen erholt haben, wird die gesamte Tantalus hier bleiben. Nachricht für dich. Hier, lese doch selber. Und auf eigene Faust irgendwas unternehmen, gibt's nicht. Eine Frau im Stich lassen? Das hätte ich von dir nicht erwartet. Und ich habe gerade einen Frosch im Hals, das hätte ich auch nicht erwartet. Wollen wir hier noch irgendwas rumfliegen? Meine Antwort ist dieselbe. Wenn's dir nicht passt, tritt aus meiner Bande aus. Bronzefäustlinge erhalten! Aktiv-Time-Event. Was haben wir denn hier? Ich breche hier raus. Hier aus. Nicht raus. Ja, okay. Ich lass das auch so stehen. Es ist doch ein leichtes, aus so einer kleinen Gamma auszubrechen. Raus! Lasst mich sofort hier raus! Oha! Bin ich etwa noch nicht völlig entgiftet? Hm? Was ist das? Eine Puppe? Prinzessin Garnet, 15 Jahre alt. Prinzessin Garnet, 15 Jahre alt. Ich bin nicht einfach. Welch Schande, einer solchen Puppe! Ja. 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 Weil du genießt das. Außerdem ist die Prinzessin bereits 16 Jahre alt. Ja, danke, mein. Und überhaupt, warum sieht die Puppe so abgegriffelt aus? Haben wir noch ein Aktiv-Time-Event allein gelassen? Was haben wir hier? Ah, Ruby! Wo sind denn alle? Was soll ich denn jetzt machen? Okay, das war's schon. Mein kleiner Schatz. Mein kleiner Schatz. Da irgendwo müsste es doch sein, sie fix. Sie fix. Hm. Sie ist einfach nicht so fix. Sie ist einfach nicht so fix. Sie fix. Wo ist nur meine geliebte Garnet-Puppen hier, sie fix. Ohne die kann ich noch nicht gut schlafen, sie fix. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Der Zimpelspieler. Es gibt also Pflanzen, die Menschen fressen. Kein Wunder. Das ist ja hier der verwunschene Wald. Truhe, meine Truhe. Arm reif. Gerade noch mal gucken. Nein, da nix. Und den Rest brauchen wir auch noch. Ich kann nix dafür, dass der so quatscht. Mann. Und übersetzen will ich das auch nicht. Hab ihm gerade die Medizin verabreicht. Der kleine will schon wieder. Warum schaust du nicht mal nach ihm? Er wollte sich sowieso bei dir bedanken. Zefix. Zefix. Ein Eta. Will ich nicht sagen. Wollte ich nicht sagen. Aber das hört sich bei dem immer so an. Das hört sich bei dem so an. Zefix. Was ist dein Lieber? 116 Jill haben wir hier noch bekommen. Wunderbare Sache. Ich weiß nicht, was die hier labern. Ja, Mibi. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ach was? Nichts zu danken. Kannst doch gern tun, Zefix. Wir wären ohne deine Magie genauso dran gewesen. Wäre auf jeden Fall lustig. Für einen kleinen Mann scheinst du mir aber geübt im Umgang mit der Schwarzmagie. Sag bloß, du hast Komplexe wegen deiner Größe. Wer solche Schwarzmagie wirken kann, der darf auch ein wenig mehr Selbstvertrauen besitzen. Nicht aufs Aussehen kommt es an, sondern aufs große Herz und den Willen, seine Träume verwirklichen zu wollen. Tut mir leid, dass das Mädchen wegen mir... Ach was, das war ja nicht deine Schuld. Überlass nur alles Zidane hier. Ihr rettet sie aber bestimmt, ja, Herr Zidane? Hey, wir sind doch Kumpel. Ich bin einfach nur Zidane, okay? Ja, okay, Zidane. Gut, da brauchen wir nichts mehr... Oh Gott. Der Kleine fühlt sich wohl auch schuldig. Ich habe ihn zwar versprochen, gar nicht zu retten, aber das ist leichter gesagt als getan. Was kommt jetzt? Ah. Nein, als ich ihr begegnete, da war da noch ein anderes Gefühl. Ein schicksalhafte Begegnung. Ach, Quatsch. Andererseits, warum nicht? Kump's. Und ich kriege sie auch nicht aus meinem Kopf. Auf jeden Fall retten gehen, dem Chef gehorchen und abwarten? Wir gehen sie auf jeden Fall retten, hallo? Ja, mei, sie fliegt. Na logisch, was gibt's da noch groß zu überlegen? Du lernst wohl auch nie dazu, was? Was hast du denn jetzt wieder vor? Ich werde Prinzessin gar nicht retten gehen und die alte Rosthaube nehme ich auch mit. Ist das dein Ernst? Du weißt doch gar nicht, was dich im Wald erwartet. Und außerdem wird der Chef so eine Aktion mit Sicherheit nicht dulden. Erzähl mir mal was Neues. Naja, du warst ja schon immer ein Trotzkopf. Nun geh schon und regle die Sache mit dem Chef, sonst kommst du noch zu spät. Krieg unter Liebenden. So, die Rosthaube nehme ich mit. Jetzt sage ich dem Chef erstmal Bescheid, solange der noch hier oben ist. Nein, der ist natürlich nicht mehr hier. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas anderes? Vivi ist geil. Er ist nicht schwach. Wer nennt mein Vivi schwach? Nun geh schon und regle die Sache mit dem Chef, sonst kommst du noch zu spät. Vivi ist nicht schwach, zerfix. Kein schwachen Vivi, zerfix. Markus, den nervenden Alten aus Alexandria haben wir in die kleine Kammer gesperrt und so. Manchmal gibt er ein verdächtiges Kutzen von sich, aber ansonsten fällt er sich ruhig und so. Zerfix und so. Ja, die Puppe hol ich. Aber erstmal muss ich da rein. Da komm ich aber jetzt noch nicht rein. Aber die Kiste nehme ich noch mit. Boah, Ruhe. Ich krieg Hunger, Rain. Von was? Von was? Genau meint. Rain, halt die Klappe. Dann werden wir also hier alle sterben. Nein, ihr werdet nicht sterben. Boah, was da drungen. Ja, ich weiß. Es geht noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten haben wir noch. Wie lange denn noch? Mal gucken. 18 Minuten haben wir noch. So, da haben wir die Puppen. Ne. Und das alles ist, was wir retten konnten, wenn wir kaum uns selbst beschütze kennen, geschweige denn aus dem Wald rauskäme. Ah ja. Zerfix. Ähm, Mognet, vielleicht gibt es jetzt noch was Neues. Ich hatte so gerne einen Brief. Nein, immer noch nicht. Speichern, jawoll. Speichern. Speichern. Wer als nächstes streamt jetzt? Wasser. Ich weiß nicht, ob Jan heute noch streamen wollte. Keine Ahnung. Der Puppa-Stücker-Wort jetzt. Ich meine, er wollte streamen. Ich meine auch, ja. Genau. Und der wollte ja heute... Ne. Was ist heute dran? Ich weiß es nicht. Minecraft, ne? Aber auf jeden Fall, unser lieber Konsolen-Schocker, wer da Interesse dran hat, der streamt regelmäßig Final Fantasy X. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut doch mal bei ihm rein. Ähm, ihr findet ihn natürlich auch in meiner Hosting-Liste, beziehungsweise wenn er on ist, werde ich ihn natürlich hosten, ganz klar. Genau, Minecraft ist heute bei ihm dran. Aber wie gesagt, auch oft Final Fantasy X. Ahaha, Hatschi! Habt ihr schon erwartet? Dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Du gehst die also doch retten? Ich hab ihr mein Wort gegeben, dass ich die Sache mit ihr durchziehe. Wahaha, nach deinen Beweggründen hab ich doch gar nicht gefragt. Und die Prinzessin ist ja auch wirklich ein süßes Ding. Kein Wunder, dass du aus der Kunde hast Gesundheit. Boah. Geh dir denn hier? Das ist doch schon ein triftiger Grund. Und, bist du bereit? Ja. Die Gesetze der Tantalus sind streng. Bei dir mach ich da keine Ausnahme. Ich weiß. Genau, wir können bei ihm auch voten, was er streamen soll. Genau wie bei mir auch. Gut, wenn du bereit bist, kannst du dich mir im Frachtraum nebenan stellen. Sind wir bereit? Hier nehmen wir nochmal die Potion mit. Den werde ich, glaube ich, gleich brauchen. Sonst haben wir hier nix. Gut. Geheilt sind wir. Drück mir die Daumen. Also sich ist der Kampf nicht das Problem. Aber wenn ich dem da noch ein paar Items ablusten will, dann könnte das zum Problem werden. Hast du deinen Frieden mit dir gemacht? Lass uns anfangen. Bah, ich kenne keine Gnade. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hoffe, das wird was. Nein. Klauen. Diebstahl fehlgeschlagen. Aua. Bamm. Falsche angeklaut. Hat man den nicht schon? Ich weiß es nicht. Und zack. Faut. Aua. Noch eine Heilpottchen. Ein Heilpöttchen. Ein Heilpöttchen. Nimm das. Aua. Ein habe nichts. Jawohl. Falschland ist neu. Merci, Chef. Schreib mal auf, wer schaltet sich. Aua. Und wenn ich nicht. Die können wir auf jeden Fall jetzt nochmal gebrauchen hier. Ich blick da sonst irgendwann selber nicht mehr durch. Animalschuss war das oder sowas. Ah, kann sein. So, jetzt kann man aber normal angreifen. Wow. Das kitzelt ja richtig. Freut mich, wenn es nicht kitzelt. Aha, Trottel. So, rettest du die Prinzessin nie. Hast du eine Ahnung. Aua. Verfehlt? Wie bitte? Zieh da, du Blindfisch. Jetzt sollten wir uns aber, glaube ich, auch mal wieder heilen. Spätestens nach dem nächsten Angriff. Ja, war klar. Ah, die Kampfmusik ist auch cool. Wow. Wow. Na, wie lange geht das hier noch nicht mehr? Nein. Nimm das! Ach du, nimm das! Und yeah, geschafft! Die Runde geht an dich, Sidon. Ja. Ach, ich wusste doch gar nicht, dass es FF-18 ist. FF-19 gibt. Wow. Wenn wir alles richtig machen, kriegen wir nachher auch nochmal ein kleines FF-Medley hier. Also FF-7-Medley, so rum. Gar nicht schlecht, das hat sogar wehgetan. Geh schon und kümmere dich um die Prinzessin. Wahaha. Uiuiui. Wenigstens ein bisschen Rücksicht, hättest du ja nehmen können. Aua. Ja. Reimen uns nochmal schnell. So. Und jetzt muss man, glaube ich, unsere Blechbüchse hier holen. Steinerle. Bist du nicht zu alt, um mit Puppen zu spielen? Schweig, Kerl! Ich mach mir Sorgen um das Wohlergehen der Prinzessin. Das alles ist einzig und allein eure Schuld, weil ihr zwielichtigen Gestalten eine Entführung planen musstet. Ich werde keine Gnade kennen, sollte die Prinzessin etwas zugestoßen sein. Heg dich nicht so auf. Ich hatte sowieso jetzt vor, die Prinzessin zu retten. Und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, nicht umzunerven, nehme ich dich mit. Also, was sagst du? Solchem Diebesgesindel wie euch kann ich nicht trauen. Wer weiß, was ihr wieder im Schilde führt. Macht dir nichts ins Kettenhelm. Die Entscheidung habe ich allein getroffen. Mit der Tantalus hat das nichts mehr zu tun. Die Prinzessin retten, das ist alles, was ich möchte. Potzblitz, kann ich deinen Worten Glauben schenken? Wenn ich auch nur den geringsten Verdacht hege, werde ich dich an Ort und Stelle in zwei spalten. Dann ist ja alles gebongt. Hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ist ja schon gut. Nun gut, dann lass uns den Schwarzen Magier fragen, ob er uns nicht auf seine Kräfte leidt. Bibi? So ist es. Die Schwarze Magie von Meister Bibi war gegen dieses Monster äußerst effektiv. Ich möchte ihn da zwar nicht unnötig hineinziehen, aber es gilt, die Prinzessin zu retten. Jaha meint Jaha. Langsam bitte. Und dafür benötigen wir die Kräfte von Meister Bibi. Gute Idee. Wir sollten ihn gleich fragen gehen. bevor ich hier wieder rein kann. Oh. Und Ruhe. Eta. Die Puppe habe ich aber nicht. Die müsste Steiner hier haben irgendwo. Echt? Die hast du übersehen? Wie hast du das geschafft? Hui. Habe ich die nicht? Automatisch jetzt hier drinnen. Ordnen. Ei. Seiden hat mein Wertvolles. Eintrittskarte. Nö. Nö. Aber wir können mal gucken, was unser Steinerle hier alles so anlegen kann. Malchus hat er. Bronzehelm. Latexhelm. Aber da muss er noch was erlernen. Bronzefäustlinge. Tontauben. Bronzerüstung. Ähm. Hier haben wir nichts weiter. Abilities. Tontauben. Pestizid. Bestietöter. Jawohl. Gift und Galle können wir auch noch reinschmeißen. Und das war es. Erstmal. Boah. Da kommen wir hin da oben. Hä? Einmal eine Melodie. Aber hier ist keine Puppe. So. Nix. Zepik. Keine Puppe. Zepiks. Die Puppe ist weg. Manu. Die Puppe ist weg. Zepiks. Der so ist seine Puppe. Und der Steiner hat seine Puppe. Ja, wenn ich später ein bisschen mehr Auswahl brauche, beziehungsweise besser darauf achten muss. Bisher ist es egal. Ich weiß, was sie machen. Glaube ich zumindest. Tontauben füge. Tontauben füge schliegenden Monstern die Menschen Schaden zu. Pestizid. Weil wenn ich das jetzt anmache, dann habe ich es überall an. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ehrlich gesagt. Auch im Kampf und so weiter. Das nervt dann irgendwann ein wenig. Nee, wo wollte ich denn jetzt hin? So, selbst wenn wir es aus dem Wald schaffen, gibt es keine Möglichkeit, über den Nebel zu kommen. Und Lindblum ist noch so weit weg. Morgus, gegen den Chef gewinnen und so. Das machte so schnell keiner nach Zidane. Aber der Chef machte irgendwie ein zufriedenes Gesicht, obwohl er verloren hat und so. Das ist der schon so, und der andere macht Zidane. Yep. Wer weiß, was dich alles im Wald erwartet. Sei also stets auf der Hut Zidane. Was die Prinzessin betrifft, hast du jetzt völlig freie Hand. Ja. Ui. Zidane, du bist dein eigener Chef. Da haben wir nichts übersehen. Oh. Du musst alles im Wiby. Diese Steuerung. Manchmal macht's auch, was er will. Hier hinten noch was? Nö. Doch, Wiby. Hier sind wir, Wiby. Wir starten unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Bin ich? Aber ich werde euch bestimmt nur ein Glotz am Bein sein. Mitnichten, die Magie von Meister Wiby war äußerst effektiv gegen das Monster. Ihr seid eine weitaus größere Hilfe als diese halbe Portion von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es ist für die Prinzessin. Und nicht nur für die Prinzessin, auch für das gesamte Königreich Alexandria benötigen wir eure Hilfe. Wenn du Verantwortung spürst, handle. Das ist es doch, was einem Mann ausmacht, oder, Wiby? Na los, lass uns Prinzessin gar nicht aus den Fängen des Monsters befreien. Na gut. Ich versuche, euch nicht im Wege zu stehen. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Wiby. Übrigens, Meister Wiby. Ja? Als ich euren gekonnten Umgang mit der Schwarzmagie sah, kam mir ein Gedanke. Magie-Schwert? Okay, ich werde es versuchen. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas haben. Ja, ein bisschen ausruhen. Joa. Mal eine Runde schlafen. Da braucht man kein Zelt zu verschwenden. Alles wieder fiet und senkrecht? Soa, dann können wir bei ihm nochmal schauen. Zauberstock, da haben wir nichts Neues. Lederhut, den braucht er sowieso. Armreif, der Lederarmreif, da können wir Eis erlernen. Seidenhemd. Da ist nix. Gut. Ach, Abilities. Ist der überhaupt irgendwas? Nö. Da noch gar nix. So ein Scheiß. Seid fiks. Seid fiks. Keine Magie. Äh, nein, nicht aufs Bett. Okay, ich glaube, wir sind dann auch gleich schon am Ende. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, hier noch großartig weiterzugehen. Hallo. Aber wie gesagt, die Puppe kriege ich... Wieso kriege ich diese Puppe nicht? Die müsste doch eigentlich hier irgendwo sein. Entweder das oder Steine hatte sie da ja noch in den Fingern. Hallo. Nö. Kann das nicht sein, dass wir die erst später nochmal kriegen können? Von, von, von dem? Ich meine, das war so. Oder war irgendwas? Ja, ne? Steiner hat die noch auf jeden Fall. Aber ich meine, wir würden die später kriegen. Also irgendwas war da auf jeden Fall. Was ist sowas? Alter Angeber, hast dich total in die Kleine verschossen, was? Siehste? Wusste ich's doch. Ich kann ein Mädchen in Not nicht einfach im Stich lassen. So bin ich nun mal. Was bist du nur für ein Hecht? Ich glaube, mein Frühstück kommt mir gleich wieder hoch. Aha. Dir passt es wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin gar nicht anfreunde, oder? So ein Schwachsinn. Darin habe ich kein Interesse. Hier, nimm das mit, Zidane. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss Buch führen. Das ist kein Liebestrank, Schwachkopf. Das ist die Medizin, die die Sporen abtötet, falls ihr wieder welche abbekommt. Na, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Hättest du mir eben bis zum Ende zugehört, anstatt Blödsinn zu sabbeln? Geh ein Gift vom Blank erhalten. Dankeschön. Und jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Weißt du noch, dass du dich mit Abilities ausrüsten kannst, Zidane? Übe dich im Kämpfen, auch wenn du die Tantalus verlässt. Du wirst noch wesentlich stärker werden, wenn du lernst, mit deinen Abilities umzugehen. Gib Acht auf dich, Bark. Wie rüste ich mich nochmal mit Abilities aus, Blank? Was, das blickst du auch nicht? Wofür taugst du denn überhaupt, Mann? Unter Menü Ability anlegen kannst du dir die entsprechenden Abilities aussuchen. Geht klar. Dann sieh mal zu, dass du hier nicht vor die Hunde gehst, Blank. Blank, Blank. Hoffentlich muss ich deine Visage nie wiedersehen. Oh, doch. Okay, meine Lieben, wir sind dann auch hier erst mal am Ende für heute. Die... Ich muss gerade nochmal schauen hier. Ja, unser lieber Mind hat zwar an der Giveaway-Verlosung teilgenommen, aber leider noch zu wenig Punkte. Deswegen hat die Teilnahme leider immer noch nicht gezählt. Vielleicht beim morgigen Stream, mal schauen. Aber unser Voting für heute ist auch vorbei. Ja, tut mir leid, Shay. Jetzt wollen auch noch andere streamen. Ich bin schon wieder zu lange dran. Ich habe eh schon wieder überzogen. Morgen geht es auf jeden Fall dann mit World of Final Fantasy weiter. Das Spiel hat mit zwei Votes gewonnen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, für die ganzen Hostings etc. pp. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und als nächstes kommt jetzt unser Konsolen-Schocker mit Minecraft. Freu mich, wenn ihr dort auch wieder anwesend seid. Und macht das mal gut. Bye, bye. Alter Knopf, da rein.